Musik Das Gymnasium Kloster Diesentis im Bündner Oberland ist die älteste Schule Graubündens. Geführt vom ältesten Benediktinerkloster der Schweiz, besitzt das Gymnasium eine einmalige Ausstrahlungskraft weit über die Region hinaus. An einer Klosterschule läuft nicht nur Unterricht, sondern bei uns ist die Begegnung mit der Klostergemeinschaft zentral. Weil Jugendliche Erwachsene brauchen, die hohe Ideale haben. Sie brauchen Menschen, die ihnen Lust aufs Erwachsenwerden machen. Und Klosterleute sind Menschen, die sich verrückte Ziele gesetzt haben und das ein Leben lang durchhalten. Und das macht den Jugendlichen Mut auch, sich selber Ziele zu setzen und sie zu erreichen. Die gut 200 Schülerinnen und Schüler, Externe wie auch Internatsschüler, erlangen mit dem Maturitätsausweis die Zulassung an die ETH und an die kantonalen Universitäten. Musik Die alten Mönche nannten ein Kloster eine Schule, Schule für den Herrn. Wer da unterrichtet, lehrt, vor allem durch sein Beispiel. Es ist eine vorzügliche Aufgabe, für ein Kloster eine Schule zu führen, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg zur Entfaltung, zur Reifung in einer Gemeinschaft. Das Gymnasiumkloster Decentis hat eine lange Tradition, geht aber mit der Zeit. Ob moderne Architektur im Internat oder Chemieunterricht in Englisch, hier bieten sich ideale Voraussetzungen für ein ungestörtes und konzentriertes Lernen. Sprachunterricht spielt am Gymnasium Kloster Decentis eine wichtige Rolle. Neben dem Latein wird auch das kleine Latinum angeboten. Französisch ist Matura-Fach für alle und für alle Rätoromanen auch Rätoromanisch. Denn das Gymnasium ist in erster Linie die Mittelschule der Region Sur Selva. Decentis ist aber gleichzeitig eine überregionale Internatsschule für 80 interne Schülerinnen und Schüler. Es gefällt mir, weil das Ganze ist eine familiäre Situation. Wir sind eine grosse Gemeinschaft, es ist immer jemand um mich herum, es wird nie langweilig. Man hat jemanden zum Sprechen für private und schulische Probleme. Und man hat viel Spass in der Freizeit mit den Freundinnen. Seit zwei Jahren bin ich jetzt hier am Internat und es gefällt mir sehr gut. Die Zimmer sind komfortabel mit der einzelnen Dusche und der Toilette, wo man auch seine Ruhe finden kann. Der Aufenthaltsraum hier, wo man sich mit Freunden treffen kann, lernen, besprechen, alle Sachen machen, das ist auch sehr toll. Und sonst ist es auch mit der Betreuung, da klappt das sehr gut. Auf dem her finde ich das eine super Sache. Die Tourismusregion Decentis bietet viele Möglichkeiten für Winter, aber auch für Sommersport. Das Gymnasium Kloster Decentis verbindet die hohen Ansprüche an Qualität in der Ausbildung mit vielfältigen Angeboten, nicht nur im sportlichen, sondern auch im sozialen und musisch-kulturellen Bereich. Ich bin stolz, dass ich diesen Chor dirigieren darf. Ich liebe diesen Chor und es bedeutet die Hälfte meines Lebens und einen grossen Teil meiner musikalischen Laufbahn. Wer hier ist und hier singt, der wird glücklich sein. Ich liebe diese Hälfte vielfältigen.